Hey, mein Name ist Tamino, ich bin 19 und ich befinde mich aktuell im Abschluss in meiner Ausbildung als Interactive Media Designer. Neben der Ausbildung versuche ich so viel wie möglich mit einer Leidenschaft am Filmen und am Fotografieren nahe zu gehen. Mein absoluter Lieblingsfeature am Galaxy S22 Ultra sind Kameras. Viele fragen mich immer, für was brauchst du überhaupt so viele Kameras? Ich kann in jeder Situation wirklich ein Hammer Bild anmachen mit so viel Vielfalt, wo das Handy mit sich bringt, dass man da wirklich vom Ultra weit eng bis tief in Zoom gehen kann und wirklich sehr kreativ sich ausleben mit dieser Kamera. Was dann noch dazu kommt, ist Night Photography Funktion. Ich kann in der Nacht, wenn es dunkel ist, wirklich noch ein helles, detailreiches Bild anbekommen. Und was mich ebenfalls überrascht hat, ist das Display. Ich glaube, jeder kennt es, wenn die Sonne voll aufs Handy drauf scheint und mir jemandem etwas zeigen oder selber am Handy etwas anschauen will, sieht man es nie richtig. Aber mir ist aufgefallen, dass es bei dem gar nicht der Fall ist. Selbst wenn die Sonne drauf scheint, sehe ich trotzdem noch alles und es hat mich sehr positiv überrascht, wie hell das Display eigentlich ist.